Let us detonate your life Let us know what to do Let us know what to do Das ging jetzt schnell. Ja, kleiner Arm-Drag. So. Ah, da zieht er nochmal an. Das miese, dreckige. Haben wir es bald? Das war Cheating. So. Dräunchen. So. Komm mal. Komm. So. So, schön den Arm bearbeitet. Und jetzt gibt es erstmal den Swinging Neckbreaker. Für Tyson Kidd. So, erstmal aufs zweite Seil hier. Und die Sentin. Ah, da hat ein bisschen wehgetan. Oh. Wo ist er? Ah, kann Styles natürlich auch. So. Oh. Nochmal ein Reversal. Back Suplex hier. Nein. Tyson Kidd. Tatsächlich fünf Reversals hier. Richtig krass. Und er konnte auch alles, was wir bisher zeigen konnten. Oh, das war ein schöner. Backbreaker hier. Na, komm mal nach draußen. Genau. Da. Oh. Ich weiß nicht, warum Styles da nicht einfach auf die... Auf den Boden gesprungen ist und auf ihn drauf. Aber... Naja, macht er nichts. Komm mal her. Und da sind wir zu früh dran gewesen. Oh. Oh. Komm mal her. Ich würde ihn gerne in den Ring zurück befördern. So. Und es geht aufs oberste Seil. Hopp. Hopp. Nutzert. Wie gesagt, wir müssen hier ein drei... Äh, vier Sterne Match zeigen. Ah, schon wieder Reversal. Und da sind wir leider wieder zu früh dran. Und wieder. Und wieder. Obwohl ich es genau dann, wenn es erscheint, drücke. Aber es ist... Es klappt einfach nicht. Es will nicht klappen. Und jetzt müssen wir hier den... Wow. Ich wollte sagen Superplex einstecken, aber es war kein Superplex. So, das erste Cover hier von Tyson Kidd. Und lockerer Kickout hier von AJ Styles. Au. Es reicht aber hier mal. So. Snap Suplex. Und die Ausdauer. Die liebe Ausdauer. Die nicht so nette Ausdauer. So. Sherman Suplex. Und ich weiß nicht, was die hier von wegen Pinwheels quatschen. So. Erstmal das Knee hier. Und... Ah. Wieder Reversal von Tyson Kidd. Jetzt der Whip in. Nein. Wir haben jetzt... Jetzt haben wir so eine kleine Phase, wo wir tatsächlich mal dominieren. Oh, shit. Das haben wir verkackt. Und was hat der für krasse Moves drauf hier. Der Tyson Kidd. Wahnsinn. Jetzt. Aufs Toprope hier. Und wir waren zu spät dran. Flüstert uns da noch ein paar Nettigkeiten zu. So. Snap Suplex. Hopp. Bams. Das ist die gerechte Strafe. Komm mal hoch, mein Freund. Ah, er kontert den Finisher. Und jetzt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt müssen wir den Finisher hier von Tyson Kidd einstecken. Oh Gott. Und Kick Out von AJ Styles. Puh. Puh. So. Ab aufs oberste Seil. Wir haben fast dreieinhalb Sterne. Und wieder ein Munsold. Wow. Er ist noch nach dem. So. Erstmal erholen hier. Oh Gott. Er hat sich aufgelöst. Ein wilder Überhandspunch. Er hat sich in hier. Oh, was ein Schuss. Das war ein Schuss. Das war ein Schuss. Und er versucht es wieder. Mit dem Cover. Kein Problem. Krasses Match. Oh. Und es geht in die Ringe, okay? So! Und wir haben wieder einen Signature-Move. Schauen wir mal, ob wir den durchbringen. Jawohl! Und eigentlich würde ich das Match jetzt beenden wollen. Aber ich glaube, es reicht noch nicht. So! Styles Clash! Aber es reicht halt noch nicht. Wir haben noch nicht die vier Sterne. Und wir wollen doch, wir wollen doch unsere Arbeitgeber zufriedenstellen. Deswegen springen wir hier nochmal ab. Und wieder der Reverse Lear. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Diesmal nicht, mein Freund. Diesmal... Nicht! Der Typ reverset auch alles, ne? Und jetzt haben wir die vier Sterne. Aber auch keine Reversals mehr. Das heißt, jetzt könnte das Match vorbei sein. Vielleicht verlieren wir, aber wir haben unseren Arbeitgeber zufriedengestellt. Oh, was ein Kick-Out hier. Von AJ Styles. Was ein Wahnsinns-Kick-Out. Und jetzt aufpassen. Er hat den Signature. Was hat er vor? Was hat er vor? Warum zeigt er seinen Signature-Move nicht? Ja, das ist schlecht. Wir müssen jetzt fragen, ob er nachher kann, wenn er das nachher kommen wird. Ist das der Signature? Nein. Immer noch nicht. Wir müssen das Match jetzt möglichst schnell beenden. Vielleicht durch diesen Move hier. Wir versuchen es. Eins. Zwei. Drei. Nein. Nein. Das war es noch nicht. Nein. Das war ein hartes Ding. Eins. Zwei. Wie kann das denn sein? Wie kann das denn sein? Wie kann der nochmal auskicken, der Typ? Oh oh. Nochmal ein Snap-Suplex. Und wieder Kick-Out. Oh oh. Jetzt vorsichtig. Den müssen wir kontern. Nein. Wir kontern ihn nicht. Wir kontern ihn nicht. Das wird eine Niederlage, Freunde. In einem unglaublich krassen Match. Ja. Was für ein krasses Match hier gegen Tyson Kidd. Ganz krasses Ding. Nun so knapp zum Schluss. So unglaublich knapp. Es war so unglaublich knapp hier. Gegen Tyson Kidd. Hätte er seinen Finisher nicht zeigen können zum Schluss. Hätten wir ihn wahrscheinlich gezeigt. Und hätten ihn erfolgreich gepinnt. Aber krass, wie er auch nochmal aus dem dritten Signature wohlgemerkt ausgekickt ist. Unglaublich. Schade aber auch gleichzeitig. Sehr, sehr schade, dass wir hier keinen Sieg einfahren konnten. Das muss bei Smackdown besser werden. Und man muss auch sagen, das war jetzt wirklich ein gutes Match. Ja, das war okay. So, nutze ein Objekt beim Eingreifen während eines Matches. Okay, also man will offensichtlich, dass wir eingreifen. Wer ist denn aktuell der Champion? Dolph Ziggler. Ich würde ja schon gerne gegen Dolph Ziggler eingreifen. Aber ich glaube, es würde nicht zu einem Titelmatch führen im Moment. Wir könnten natürlich für Big Show eingreifen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, diesen Befehl werde ich tatsächlich nicht ausführen, weil ich nicht in ein Match eingreife. Außer es wird jetzt gegen uns eingegriffen. Das wird sich zeigen. Ansonsten haben wir halt wieder mal ein bisschen Negativ-Publicity bei der Authority. Macht ja nichts, solange wir Neville hier besiegen können. Und ich frage mich, woher auch Neville diese fünf Reversals nimmt. Das ist echt krass. Woher nimmt der die? So, schöner Takedown. Und da waren die Arme wieder mal zu kurz von AJ Styles. Jetzt gibt es einen Whipping. Und jetzt müssen wir kassieren. Nein. Da ist es. Aber Neville, den Ticken schneller noch. So, AJ ruht sich erstmal auf dem Ringseil aus. Kann man mal machen. Und es geht halt schon wieder los mit den tausenden Reversals. Er reversed alles, was wir machen. Und wir können es uns jetzt nicht leisten, nochmal einen Reversal rauszuhauen. Naja, jetzt haben wir es getan. So, jetzt erstmal, jetzt erstmal langsam. Jetzt erstmal ganz langsam nach draußen gehen. Bisschen auf Neville warten. Was macht er denn jetzt? Und das wollte ich eigentlich mit Neville machen. Wenn wir ihn jetzt noch einmal aufhalten, dann haben wir zwar ein grottenschlechtes Match gezeigt. Aber wir hätten gewonnen. Aber ja, er reversed natürlich wieder. Die Stinke-Sau. So, erstmal ein Swing-Neckbreaker. Und jetzt haben wir ihm aber auch einige Reversals hier gezogen. So, Freundchen, komm mal her. Und die Steuerung funktioniert natürlich mal wieder überhaupt nicht. Feier dich ruhig! Was war das für ein Move, ey? Was war das für ein Move? Alter Schwede. Ja, wir pressen gerade die Right Buttons. So viel steht fest. So, Freundchen. Und... Ups! Der Leg Drop mal wieder. So, jetzt will ich gerne mal den Seilspringer hier versuchen. Beziehungsweise den Springboard... Den Spring... Den Springboard-Springer. Und wieder ist er schneller. Das ist echt... Ah! Komm her. Krass auch, wie schnell Neville hier seine Reversals regeneriert, ne? Richtig krass. Wieso können wir jetzt nicht hüpfen? Irgendwie... Irgendwie funktioniert das noch nicht. Vielleicht brauchen wir da erstmal... Vielleicht müssen wir da erstmal was einstellen. Irgendwie. Irgendwie. Irgendwie... Der hat gezwiebelt. Bams! So, und die Zeit nehmen wir uns jetzt mal kurz. Und wir versuchen einfach jetzt mal... den Reft niederzuhauen. was halt nicht funktioniert, seht ihr das? Ich drücke gerade die ganze Zeit die Schlagtaste aber Stiles macht halt nichts Huch Wir können halt den Referee nicht einfach niederschlagen Huch Ich geh mal wieder rein Ach komm schon Wirklich Ja, jetzt will er das erste Cover hier machen Ja, das war halt nichts, ne? Neville Nevillechen So, komm her So, Snap Suplex Und Leute, ich hätte jetzt ehrlich gesagt Lust Ach So, jetzt komm Ich hätte jetzt Lust auf etwas Besonderes Nämlich den Red Arrow Wow Bams Und den kann Stiles Wie man hier gesehen hat Eins Zwei Drei Wir haben einen Sieg gebraucht Ich wollte jetzt nicht auf die Disqualification hier gehen Zumal ich ja auch nicht weiß, ob das überhaupt was gebracht hätte Aber irgendwie scheint hier noch was zu kommen Willkommen zurück zum Show So, das ist mein Gast heute Abend Hallo Ja Ja Um ehrlich zu sein Ich finde mich toll Ja, wir können uns auch noch ein bisschen nicken Ich muss erst mal überlegen Waren wir jetzt so unfair? Ich finde so unfair Waren wir jetzt gar nicht Wir haben halt sehr viel außerhalb des Rings gekämpft Gegen Neville Aber Aber so wirklich unfair und gemein Finde ich Sind wir jetzt nicht gewesen Oder? Wie seht ihr das denn? Also ich finde, wir waren jetzt nicht sonderlich unfair Wir haben halt ein bisschen Bisschen härter gekämpft So wie sich das gehört Wir können immer noch eingreifen Wir können immer noch hier zum Beispiel Gegen Sami Zayn eingreifen Das haben sich ja viele gewünscht Eigentlich Könnten wir machen Sollen wir das mal machen? Sollen wir mal gegen Gegen Sami Zayn eingreifen? Warum nicht, oder? Lass mal Lass mal gegen Sami Zayn eingreifen Und ein paar Waffen mitnehmen auf dem Weg Könnte man machen Für die Authority Oh, Grusel Henry ist übrigens wieder am Start Wie ihr hier seht Der Grusel Henry Er ist echt gruselig auf dem Foto Wer hat das Ding gemacht? Alle sind total sympathisch Selbst die Heals Ja, aber Grusel Henry Grusel Henry Grusel Henry ist voll am Start Oh, wir sind in Lafayette L.A. Ist das L.A.? Ne, ist nicht L.A. L.A. ist ja eine Stadt Was ist L.A.? L.A. Ja, ja Sami Tanz Tanz ruhig schön Gleich kommt der AJ Mal, wer da kommt Papi So Nein, ach Das hier Aaaaaah Wie weh So Oh, oh Ah So Wir haben die Waffe Auf jeden Fall genutzt Bams So Freundchen Das hat der Authority Bestimmt gefallen Jetzt, oder? Also ich meine Wir haben Waffen eingesetzt Das wollte Triple H so Best for Business quasi Also wenn das nicht best What the fuck? Ach, während eines Matches Fuck Papa muss besser lesen Sogar das das Spiel sagt Ist, ne? Eigentlich unfair I'm tired of the WWE Universe Cheering for him If there is anyone The WWE Universe Should be cheering for It's me I'm the real deal I'm the future of the WWE Not him But I guess everyone out there Is too dumb to realize that I'll have to make them realize it You'll see soon enough There is a lot of tension brewing between you two What's going on there? Yeah There is tension between us Tension that's gonna end soon With me putting him through the mat He's in my sights And I'm not gonna quit Until he's done for I know you can hear me out there You better run You better not get in the ring with me Because it will be your last match Oh yeah There you have it Back to you guys Ich werde Sami Zayn zerstören Ja Das war's wieder für heute Ist AJ Style jetzt heal geturnt? Das ist die große Frage Wir schauen es uns gleich nochmal kurz an hier Ich glaube ja Ich glaube AJ sollte jetzt heal sein Wenn er immer noch nicht heal ist Dann weiß ich es auch nicht Ganz ehrlich Das waren klare heal Aktionen Und Wir sind heal geturnt Wunderbar Das war's Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen Wünsche euch noch einen wunderschönen Abend Macht's gut Ciao